Ja Pyrus, herzlich willkommen bei diesem kleinen Informationsvideo auf meinem Kanal. Ich hoffe ihr hattet ein schönes Silvester. Und ja, bei mir war mein Silvester auch grundsätzlich ganz gut. Jedoch ist einiges vorgefallen, was ziemlich nervig war. Erstmal gab es mit vielen Anwohnern Stress. Also es kamen viele Leute, haben gepöbelt. Und das Schlimmste natürlich, meine Kamera ist kaputt gegangen. So gegen Nachmittag. Ich habe aber mit einer Ersatzkamera weiterfilmen können. Jedoch ist bei dem Film mit der Ersatzkamera ein nerviges Piepen bei manchen Videos entstanden. Was ich jetzt auch so gut wie leise gemacht habe oder entfernt habe. Jedoch werden sicher einige Zuschauer noch hören. Jedoch auch nur ganz leise. Aber ich hoffe das stört euch nicht zu sehr. Ich werde diese Videos trotzdem hochladen. Und Entschuldigung noch von meiner Stimme, ich bin ein bisschen heiser. Ja generell habe ich viel gefilmt an Silvester. Da sind sieben neue Silvester-Geballerteile schon geschnitten für dieses Jahr jetzt. Und dann würde ich sagen Leute haut rein und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dann.